Kapitel 8 Nikolaus hatte es geschafft, vor acht Uhr morgens aufzuwachen, und jetzt stand er in seiner Badehose vor dem Spiegel. Er hielt einen Wachsstreifen in der Hand und starrte auf seine Brust. Nach einer Weile legte er den Streifen weg und fuhr sich etwas verlegen mit der Hand durch die Haare mit dem Versuch, es zu glätten. Er ging zum Kleiderschrank und zog das erste Oberhemd an, das er finden konnte. Er zog dabei in Betracht, dass er es wahrscheinlich im Laufe des Tages wieder ausziehen würde, wenn die Luft heißer würde. Er holte sich ein Handtuch aus dem Badezimmer und fing an, sein Haar trocken zu tupfen. Dabei saß er auf dem Doppelbett und klickte durch die Kanäle des altmodischen Fernsehgeräts. Als sein Haar trockener war, machte er den Eisschrank auf und sah nach, was drin war. Er fand einen kleinen Karton mit tropischem Saft, ein Stück Käse und noch Olivenöl und Ciabatta-Brot im Schrank. Er nahm den Käse, das Brot und das Olivenöl und machte sich ein notdürftiges Butterbrot zum Frühstück, das er aß, während er eine italienische Talkshow ansah. In der Show waren viele Berühmtheiten, die Frauen alle schön, was Nicholas etwas erfreute, als er da saß und auf den flimmernden Bildschirm starrte. Er lächelte, fuhr sich wieder mit den Haaren durch sein dunkelgraues Haar und sah auf die kleinen Wassertröpfchen auf seiner großen blassen Hand. Er wusste, dass er kaum jemals braun würde, er bekam immer gleich Sonnenbrand, und so war er immer entweder blass oder leuchtend rot. Er sah auf seine Uhr, es war erst ein Viertel vor neun, aber in der Sonnenhitze fühlte es sich schon wie mittags an. Der Strand war heute recht leer, das Wasser von einer perfekten Türkisfarbe, nicht von irgendjemandem verschmutzt. Kleine Fischkutter tanzten auf den ruhigen Wellen, der Wind war leise und sanft. Nicholas sah wieder auf sein Butterbrot und aß es weiter. Um halb neun war Lauren noch in der Dusche. Sie hatte sich entschlossen, das hoteleigene, teuer aussehende Shampoo zum Haarewaschen zu nehmen, und freute sich jetzt gerade, als sie das heiße Wasser auf ihrem gebräunten Körper spürte. Sie überprüfte, ob im Haar noch Reste von Shampoo zurückgeblieben waren, aber als sie keine fand, drehte sie das Wasser ab und stieg aus der Dusche, wickelte sich ein Badetuch um ihren Oberkörper und ging zum Kleiderschrank. Sie zog ihren Bikini an, darüber ein lockeres Hemd, das ihr zu groß war, und ein paar kurze Denimhosen. Sie trocknete ihre Haare mit dem Handtuch und zog ihre Flipflops an, die vom vielen Gehen schon ganz gut abgenutzt waren. Sie saß auf dem Bett und baumelte mit den Beinen, während sie eine blöde Melodie vor sich hinpfiff. Sie sah ihre Haare an und musste feststellen, dass diese wirklich noch nicht trocken waren. So entschloss sie sich, die Haare natürlich trocknen zu lassen, fang sie nochmals aus und ließ sie offen über ihre Schultern fallen. Sie ging ins Badezimmer und hängte das Handtuch wieder an den Haken und sah sich im Spiegel an. Verlegen von ihrer Eitelkeit streifte sie ihre Haare hinter ihre Ohren und setzte sich wieder auf ihr Bett. Sie griff nach der Fernbedienung, machte den Fernseher an und klickte sich durch die endlosen Kanäle. Weil sie nichts fand, was sie interessierte, schaltete sie das Gerät wieder ab und legte sich in die Kissen zurück und nahm die Gelegenheit wahr, bevor der Bus um neun Uhr kam, um sie alle zu einem Tag am Strand abzuholen, noch etwas Schlaf nachzuholen. Aber das Sonnenlicht war zu grell. Deshalb stand sie auf, was etwas schwierig war, weil sie gerade schon eingeschlafen war, schloss die Vorhänge und warf sich danach wieder auf das Bett. Um genau neun Uhr begrüßte das blecherne Hupen des Busses Nicholas und weckte Lauren wieder auf. Sie schnappte sich ihre Tasche und rannte aus dem Hotel und erreichte schnaufend den leeren Platz. Einige der anderen Passagiere fanden das sehr amüsant, doch sie wurden unbeholfen schweigsam, als Lauren sich zu ihnen umsah. Nicholas kam bald danach, sah sie und setzte sich neben sie. Sie sah ihn an. »Ach, du schon wieder«, sagte sie, »du bist doch der Psychologe, Nick, oder?« »Nicholas, ja, der bin ich. Wie geht es dir?« »Nach gestern Abend?« »Nun, meine Trommelfälle haben sich noch nicht ganz erholt, aber ich habe sehr gut geschlafen«, grinste sie. »War schon faszinierend, nicht wahr?« »Gestern Abend«, lächelte Nicholas. »Es war hervorragend.« »Ich habe vorher noch nie so was erlebt«, lächelte sie. Nach einer Pause kicherte sie leise. »Was ist denn so komisch?«, fragte Nicholas mit einem Stirnrunzeln. »Ich möchte nicht wissen, was die Leute denken, wenn sie uns von gestern Abend sprechen hören«, kicherte sie. »Scheiße, da hast du recht«, kluckste Nicholas. Der Motor des Busses zischte und knallte, bevor der Bus sich auf die kleine Straße bewegte und dann mit Höchstgeschwindigkeit die Straße entlang fuhr. »Also, dieser Strand ist vielleicht nicht berühmt, aber er ist doch sehr schön«, erklärte der Reiseleiter. »Und ich weiß, dass viele von Ihnen aus England sind, also mögen Sie wohl einen Tag am Strand. Und das ist genau das, was für heute für Sie geplant ist. Um 13 Uhr treffen wir uns alle wieder hier, um zu einem nahegelegenen Restaurant zu gehen. »Also, Leute, viel Spaß. Ich habe den Strand immer in der Ferne gesehen und ich habe mich gefragt, wie der wohl ist«, sagte Lauren und sah aus dem Fenster. Sie bogen gerade in die Straße am Strand ein. Der Fahrer parkte etwas seltsam, sodass ein paar Passanten schnell ausweichen mussten und ganz erschreckt aussahen. Die Passagiere kletterten aus dem Bus mit ihren Picknickdecken und Kameras und stolperten mit der Sonne in den Augen den Strand entlang zum Meer. Nicholas fand eine gute Stelle, wo er sein Badetuch ausbreitete, noch etwas vom Meer entfernt, aber nicht zu nah an der Straße. Lauren legte ihr Badetuch neben seins, legte ihre Tasche auf den weichen Sand, zog sich ihr Hemd und die Shorts aus und legte damit ihren Bikini frei und rieb sich Sonnencreme auf ihre Arme und Beine. Dann gab sie Nicholas die Sonnencreme. »Könntest du bitte meinen Rücken eincremen?« fragte sie. Er drückte ein wenig Creme in seine Hand und begann, sie über ihren Rücken zu verteilen. Ihre Haut war schon heiß unter der intensiven Sonne und zart, und seine Hände verweilten noch etwas, nachdem die Creme gleichmäßig verteilt war. Sie war ganz gut gebräunt, und er konnte zum ersten Mal das Muttermal auf ihrem Rücken sehen, wo ihre Haut dunkler war als anderswo. Sie merkte, dass seine warmen Hände auf ihrem Rücken verweilten und drehte sich zu ihm um. »Danke«, sagte sie. Er sah etwas verlegen zur Seite. »Gern geschehen«, sagte er, und zog seine Hand durch den weichen Sand, der das Badetuch umgab. Alles war so warm unter der Sonne, das Meer strahlend und einladend, aber Nicholas sah nur Lauren, wie sie da lag. Zarte Schweißperlen formten sich auf ihren reglosen Augenlidern, während ihre Finger mit dem Badetuch spielten. Er sah, wie sie sich zu ihm umdrehte und die Stirn runzelte, als sie sein Lächeln sah, mit dem er sie ansah. »Was grinst du so?«, lächelte sie, und zog ihren Bikini ein bisschen zurecht. Er kicherte. »Nichts, ich habe nur so gelächelt.« »Schöner Tag, nicht?« antwortete er und wischte ein paar Sandkörner von seinem Arm. Sie schüttelte den Kopf immer noch lächelnd, beobachtete, wie er sich zu entspannen begann. Er legte sich zurück, die Arme unter dem Kopf gefaltet, und machte seine Augen zu. Als es so aussah, als ob er schliefe, nahm Lauren ihre Sonnenbrille vom Kopf und kitzelte Nicholas' Nase damit. Er kratzte seine Nase und nieste stark. Dann sah er zu Lauren hinüber, die kindisch kicherte. »Jetzt bist du am Grinsen!« kicherte er zurück und kratzte seine Nase noch einmal. Lauren vergrub ihr Gesicht lachend in ihren Händen. Er glättete die Knitter auf seinem Badetuch und fühlte die Hitze auf seinen rauen Händen, fühlte das grobe, aber wohlig weiche Material. Er sah eine Zeit lang zum Horizont hinüber und beobachtete die kleinen Boote, die sanft auf dem Meer schaukelten. Die Fischnetze waren verschwunden, sie wurden nur am frühen Morgen eingesetzt, wenn das Meer leerer und ruhiger war. Ein paar Leute schwammen im tieferen Teil des Meeres, wo sie nicht mehr im Wasser stehen konnten, aber auch noch nicht so weit hinaus, dass das Wasser dunkelblau war. Wo sie schwammen, war das Wasser von perfekter, leicht türkisener Farbe wie auch das flachere Wasser. Die Sonne war für einen Morgen sehr heiß, der Wind nicht so merklich wie an den vergangenen Tagen, aber das war gut, denn das bedeutete, dass es wärmer war und Lauren konnte daher noch mehr bräunen. Nicholas fuhr sich mit der Hand den Arm herunter, weil er einen scharfen Schmerz spürte und sah genauer hin, was auf seiner rauen Haut wehtat. Sein Arm hatte schon einen leichten Sonnenbrand mit einer alarmierend hellroten Farbe und deshalb tupfte er ihn vorsichtig mit Aloe Vera Gel ein, das seine Frau ihn mitzunehmen gezwungen hatte. Wenn du in Wales Sonnenbrand bekommst, bekommst du den auch in Italien. Er sah auch nach Anzeichen von Sonnenbrand anderswo auf seinem Körper, da er aber nichts fand, entspannte er sich wieder und sah zu Lauren hinüber, die ihn die ganze Zeit beobachtet hatte. Sieht so aus, als ob du nicht leicht Sonnenbrand kriegst, sagte er und bedeckte sein Gesicht mit einem kleinen, nassen Handtuch. Du siehst aus, als hättest du Fieber mit dem blöden Handtuch über deinem Gesicht, gluckste sie und wischte das Handtuch von seiner Stirn. Es fiel ganz ungezwungen auf den Sand. Jetzt habe ich aber die scheiß Sonne in meinen Augen, fauchte er und benutzte seinen Rucksack, um das Sonnenlicht von sich abzuhalten. Dann kauf dir eine Sonnenbrille, sagte sie. Er nickte, habe ich doch im Hotel. Ich sehe nicht so sexy aus wie du, wenn ich sie trage, erklärte er. Dies ist der Strand. Niemand muss hier sexy aussehen. Hab einfach Spaß, Mr. Marsh, sagte Lauren mit einem Schulterzucken und stand auf. Lass uns mal sehen, wie kalt das Wasser ist. Sie rannte los zum Meer und sah zu Nicholas zurück, der gemächlichen Schrittes hinter ihr herging. Das Meer begegnete Lauren mit einer hohen Welle, die sie mit Salzwasser besprühte und sie ein wenig zurückspringen ließ. Nicholas war auch bald da, als die Wellen wieder sanft ans Ufer schwappten. Das Wasser war erfrischend, aber es war überhaupt nicht kalt. Lauren ging tiefer hinein, bis das Meer sie bis zur Hälfte umgab. Sie rief zu Nicholas hinüber, tauchte dann unter und kam ein paar Sekunden später wieder an die Oberfläche, ließ ihr Haar nach hinten schnellen und ging mit großen Schritten zum Ufer. Nicholas kicherte, als sie über einen Spielzeugspaten fiel, der im Sand vergraben war, und sie weiter humpelte, verlegen, aber lächelnd. Sie gingen zu ihren Badetüchern zurück. Nicholas sah auf seine Uhr. Wir müssen zum Bus zurück, es ist fast ein Uhr und die haben gesagt, dass sie für uns ein Restaurant finden, erklärte Nicholas und begann sein Badetuch aufzurollen. Lauren nickte und packte ihr Badetuch auch ein. Sie sah zur Straße hinüber, der Bus stand noch da und ein paar Leute standen schon um ihn herum. Sie winkte ihnen zu und einer der Geschäftsleute winkte zurück. Sie drehte sich wieder zu Nicholas. Also los geht's, sagte sie und begann in Richtung Bus zu trotteln. Nicholas schlenderte hinter ihr her. Der Reiseleiter begrüßte sie. Wir gehen zum Restaurant. Es ist nicht weit und wir können alle ein bisschen Bewegung gebrauchen, erklärte er und begann, sehr langsam die Straße entlang zu gehen. Die Häuser waren alle so bezaubernd, mit hochgelegenen Balkonen und hellfarbenen Türen und Fensterrahmen. Als sie weiter gingen, wurde aus der Straße eine mit Bäumen umrahmte Promenade. Auf den Bänken saßen Touristen und Einheimische. Nicholas zog sein Oberhemd wieder an und achtete besonders darauf, dass alle Knöpfe zu waren. Nach einer Weile überquerten sie die Straße und bogen nach rechts ab in eine recht breite Straße, an deren Ende das Restaurant zu sehen war, ein riesiges Gebäude mit einem Balkon und einem großen Vorgarten, wo viele der Kunden saßen. Es sah mehr wie eine Villa aus als wie ein Restaurant und es war wirklich eindrucksvoll.